Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und beim heutigen Live-Extreme-Event Miami Surf & Turf Aus dem Wasser an den Strand, direkt in das Herz der Stadt Wir servieren heute ein 3-Gänge-Racing-Menü der Filetstücke Miamis Gesponsert von Live, wir machen die Kameras, ihr die Action Für dieses Event haben wir eine heiße, knusprige, leckere Land und See Und ich sehe zusammengestellt, die Appetit auf Meer fängt Miami gilt als übliche Schnellboote und Sportwagen Und ist damit der einzige Ofen, der die richtige Temperatur für unser perfektes Racing-Rezept mitbringt Also bon Appetit, Rennfreunde, lassen wir nichts ranbrennen Diese Kreuzwandschiffe zeigen eindrucksvoll, welchen Luxus Miami zu bieten hat Und diese Brückenpfeiler zeigen eindrucksvoll, welche der vielen Gefahren unsere Streckendesigner in den Kurs gebaut haben Also raus aus dem Wasser und alles klar, für eine neue flotte Füllfrisur Aus dem Wasser, den Schnellbooten zu bauen Was für ein Schnellboot? Ja 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 Ich hoffe, unsere Fahrer kann das nicht aufreiten. 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 Ich hoffe, unsere Fahrer kann das nicht aufreiten.